Über den Deutschlandstahl, damit geht es los. Die Linie, wie wir sie vorhin ebenfalls auch hatten, klein wenig verändert. Wir haben jetzt eben nicht die Doppel-Ochser. Mit neun Galoppsprüngen hin zu diesem Ochser. Dann geht es weiter zu dieser Planke, wo sehr, sehr, sehr viel mit Mut wird. Wir nehmen uns hier hinten raus, da nehmen wir uns die Zwischenzeit. Und da ist sie bei ungefähr 17 Sekunden. Sehr, sehr lang, sehr, sehr lang ist der Weg dann hin auf diesen Porsche-Steilsprung. Und wieder mit größter Vorsicht kommt sie dorthin. Und jetzt auf den letzten Metern kann sie es fast ein bisschen fliegen lassen. Es geht hier, man möchte fast sagen berghoch. Nein, es ist kein Berghoch mehr. Es ist alles brettelt eben. Sie kommt ins Ziel mit 36,18 Sekunden. Vom Gefühl her muss ich sagen, viel besser hätte man das wirklich nicht machen können. Immer alles Vorwärtsdistanzen, alles aus dem Vorwärts wirklich immer wieder hat holen können. 36,18 Sekunden. 17 Sekunden war die Situation hinten raus aus der Kombination heraus. Und das.